Die Laboruntersuchung empfehlen Sie für Veganerinnen. Im Labor sollten die folgenden Nährstoffe untersucht werden. Vitamin B12, Eisen, Zink, ergänzend auch Selen, Vitamin B2, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren und sinnvoll ist auch Vitamin D und Jod. Für die Nährstoffe gibt es verschiedene Laborwerte. Meistens sind das Blutwerte, zum Beispiel bei Vitamin B12 das Holotranscobalamin und die MMA. Bei Jod würde man hingegen die Versorgung im Urin messen. Auf unserer Webseite findet ihr eine Tabelle mit den empfohlenen Laboruntersuchungen. Wir empfehlen, die Blutwerte etwa alle ein bis zwei Jahre bei Veganernährung untersuchen zu lassen. Wenn die Werte in Ordnung sind, dann passt das. Dann kann ich ein paar Jahre später wieder schauen. Ansonsten muss ich eben die Ernährung optimieren. Das Ganze gilt übrigens auch für Mischkost, denn auch da gibt es kritische Nährstoffe.